Hallo meine Freunde, mein Name ist Morgan Finley und ich bin Singer-Songwriter aus Vancouver, B.C., der in Hamburg lebt und kreiert. In den letzten 18 Jahren stand ich mit meinen Songs über 900 Mal in 13 verschiedenen Ländern auf der Bühne und habe sechs Alben in voller Länge veröffentlicht. Mit dem Einsetzen der Corona-Quarantäne Mitte März hier in Deutschland musste ich nicht nur 40 Shows, sondern auch meinen Plan absagen, dieses Jahr ein neues Album in New York City zu schreiben und aufzunehmen. Wir alle fühlen uns gerade enttäuscht und doch finden wir alle einen Weg, um durchzukommen. Nicht zu guter Letzt durch die Musik. Meine Musik hat mir geholfen, die Corona-Krise zu verstehen und seit Beginn der Sperrung habe ich 20 neue Songs geschrieben und sie in meinen Online-Shows der Homebound-Concert-Series aufgeführt. Bis der Sommer vorbei ist, erwarte ich insgesamt 30 neue Songs. Das heißt, es ist Zeit, ein neues Album zu veröffentlichen. Als unabhängiger Musiker ist eure Unterstützung und Energie der Hauptgrund, warum ich weiterhin von meiner Musik leben und meine Songs veröffentlichen kann. Danke dafür. Damit auch dieses Album an Licht kommen kann, brauche ich eure Unterstützung, um die Aufnahme und Produktion der Songs sowie das Design und der Druck des Albums zu finanzieren. Ich freue mich sehr, mit Startnext an dieser Crowdfunding-Kampagne zu arbeiten. Nicht nur, weil sie so großartige Unterstützer von Indie-Künstlern und Kreativen sind, sondern auch, weil sie es mir ermöglichen, meine Kampagne ordnungsgemäß auf Englisch und Deutsch zu veröffentlichen. Wie ihr auf meiner coolen Startnext-Seite sehen könnt, biete ich viele interessante Vorteile. Von vorbestellten Alben über exklusive Waren, monatliche Postkarten, ein hausgemachtes Abendessen mit einer anschließenden Elbe-Botsfahrt, individuelle, geschriebene Songs, Wohnzimmershows und vieles, vieles mehr. Bitte helft, meinem neuen Album lebendig zu werden, indem ihr euch einen Dankeschön in der Liste auch sucht, der euch gefällt und teilt auch gerne meine Kampagne mit euren Freunden. Updates und Ideen von mir kommen dann im Laufe der Zeit direkt zu euch geflogen. Bleibt gesund und glücklich und ich freue mich darauf, eure Namen in mein neues Album schreiben zu können.